Das sind wir! Hallo! Right out of the new... Wie heißt das Ding? Champions Select Genau! Das ist das englische Wort, was ich gesucht habe Oder meinst du The Champion Auswahl? Die Legenden Auswahl Oh, guck mal, die Icons haben sie auch unten geändert Also nicht die Icons, sondern dieses, wo du upgradest Weißt du, was ich meine? Nein Okay, dann ist das bei mir buggy Auch nicht schlecht Was meinst du denn? Ja, hier, wenn du upgraden willst, das hat bei mir so geflimmert, so komisch Also so, als wäre das ein Zeitraffer so Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst Sag doch einfach, dass es bei mir buggy ist, man Kann sein, dass es bei dir ein bisschen buggy ist Alles gleich hin Hallöchen Hey, 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 hey Beruhigt euch doch mal hier alle Was soll denn der Käse jetzt wieder? Trägt die sonst Stressen machen? Oh, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was, da kommt was Da kommt was, da kommt was, da kommt was Ich hab total Angst Raust Raust Hihihi Ähm 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 Finde ich jetzt ein bisschen komisch, dass es bei mir so buggy ist Aber gut Ich komm damit klar Solange der Vogel noch da ist Im, im, im Ist immer noch so oder war das nur am Anfang? Ist eigentlich immer noch so Hä? Moment mal, wenn ich mir das so angucke, ist alles bei mir ein bisschen anders jetzt Irgendwas stimmt hier nicht Also meins sieht aus wie immer Er meins nicht Hat er schon geschmeidet? Ich weiß nicht Ähm Braucht er nicht Grad nett So Wo ist denn der Da ist er Morgen Trägt mal ins Gesicht werfen, damit du ihm zeigst Hier, ich bin hier der King Richtig Na dann setz doch ein Wort da rein Hier Twitch Ich hab dem ADC auch mal kurz gezeigt Ich bin hier der King Gut Haben ja unser Unser Revier markiert Och Nervbolzen Meine Güte Zack So mach mal hier Minions, ich will Level 2 sein Ja du bist lustig hier Wir kennen den nervt Ja Immer die anderen Ja Wer soll mich denn sonst nerven Ey Der Poke is real Ey Ekelhaft Aber der auch Oh guck mal Ey Auf Ganz ruhig Nee Das mag ich nicht Guck mal der macht er bei dir auch Das mag ich nicht Ja guck Auf einmal Kommt aber ruhig Beruhig dich Beruhig dich Beruhig dich Beruhig dich doch mal hier Du bist geil, die ist ja hier förmlich So early gank Kann schon mal nicht passieren Safe Duh 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 Hihi Gedodght Easy Damit könnte man den Glorvis Morgen Schmeiß doch deine Gülle du lappen ich wollte schon sagen er sah schon wieder so gierig aus er führte was im schilde schön schön reingepusht easy warum jetzt kriegt er da seine kills nicht hoffe ich der böse planer geht auf alte gesichtstrompete mal eben ausgepackt kennen ist miss macht er wohl gerade fotos hast du jetzt verstanden nicht kennen fotos ich verstehe nicht versteht er wieder nicht erklär mich doch mal auf kennen ist kamera kennen ist kamera kennen ist kamera alles klar kennen der champion ist eine kamera zitat kevin 2016 kennen ist kamera ja mach dich ruhig aber lustig in vielen jahren wird man drüber reden mit sicherheit was ist denn da los dieser mann der wusste wo es lang geht er wusste was die kamera ist er wusste wer kennen ist der übelste kamera ich rede da gar nicht drüber ja natürlich kleiner hässlicher vogel das ist ein hamster was ist wegen hamster ich mag hamster hast du wort für oben hab ich wort für oben ne habe ich nicht 20 sekunden ja ich in 10 kann es auch schon mal hingehen kannst du noch auf gold warten hey 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 hui 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 ich hab ein schild das ist schön das ist schön und wie gefällt dir das graves nachladen mit der shotgun ist das toll prima gut mittlerweile habe ich mich darauf eingespielt außer hier jetzt hör doch mal auf kennen meine fresse der war nicht schlecht irgendwie kriegen wir keinen gang ja gut master jungle ist immer so eine sache macht er jetzt hier sneaky 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 macht sneaky sneaky schau mal bekamen schön einen auf den sack auf den sack du aber auch gerade wo du hattest dich doch einmal gehauen oha kann aber gleich weggehen der boy ist hier nichts mehr mit zuhandlung ja du lachst guck mal sonderangebot hamster und rattel zusammen jetzt musst du aber mal ein wort oben worden ein wort ich mach mal ein wort ja ich hab gar keinen mehr achso ich hab dir nur gerade da ins gemisch ja ich seh es ich seh es die kamera immer da gar hingegangen ist ja würd ich sagen wenn der gang kommt töten wir ihn einfach der alte spanner dann wird zurück gegangt können wir gleich mal shoppern gehen ja wenn wir den ersten kill gemacht haben level 6 zuck zack da ist es hier guck stress am kiez wird so ein bisschen als ob der jungler da irgendwo wäre was soll das weiß ich nicht frag mir doch mal wer ist denn bei denen überhaupt jungle ach echo echo ja wo ich ja noch die vermutung hatte dass wir gegen echo spielen aber dem war dann ja nicht so ach so bitte ja erstmal hat sein altid irgendwie reingepokt nice not bad boy nach dem ist da können wir gleich mal shoppern gehen ein bisschen der mitsch kaufen der mitsch satten kennen wo wurde denn was wegen dem ulti wahrscheinlich ja deswegen not even close okay das habe ich auch verstanden ich habe den chat doch wieder deaktiviert das weißt du doch sieges trunk siegeskaffee sonst bin ich nie wach werde ich nie wach ich weiß nicht ob ich heute noch mal wach werde ich bin so müde jawohl schönes ding so will ich es guck mal hier klatsch zack schaden ist akzeptabel immer noch bläht die bauts raus ja das schwert das dicke da das näher oder dorans blade hätte ich den ich würde ich keinen schaden bin ich ganz ehrlich da bin ich real da mache ich auch real talk kurz dein tor wegbüllern er macht doch deine scheiße hier bleibt mit meiner gülle wieder stehen klatsch die lane ist schon wieder fast gecliert läuft da ist der kleine hässler hier das ist eigentlich kens q was macht denn es will da mit seinem ulti immer einfach mal voll rein oder was wo ich habe es da richtig geschaut es ging mal eben von hier hat er angefangen bis dahin und dann noch nicht mal gerade ja warum auch gerade kann jeder erst wenn schief ist ist kunst und erst wenn du tot bist du bringst geld ist so alte weisheit ist aber wirklich so die alte regel schon mal jemanden gesehen der mit dem geraden strich geld verdient hat nee ja okay architekt vielleicht sollte er es sei denn er wirft irgendwelche krummen sachen aber oder ist drunken das kann auch sein dann wäre es ein drunken techt 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 lass das doch mal sein hier knall ihm doch mal eine richtig ins gesicht kriegt er gleich kriegt er gleich ich habe jetzt hier auch langsam die schnauze voll hehehe torpok of doom oh er ist sneaky nice er hat richtig ausgepostet also jawohl der wird mir langsam gefährlich ich nusch mir mal so einen keks achso möchtest du mir was erzählen da ist schon wieder s real alt t nicht schlecht möchtest du mir nicht was erzählen über den neuen pick und bun gerümpel was soll ich dir erzählen hast du fragen dazu kevin wie findest du den denn ich muss sagen ich bin ja sowieso ein großer freund des team builders gewesen und das ist jetzt sowas auf okay willst du darüber was erzählen nein gut danke und das ist jetzt sowas auch hier für rank gibt finde ich ziemlich cool kannst du dir in Ruhe sagen du willst da oder dahin da gibt es kein dummes rumgedödel da im chat ja gut es gibt schon ja die leute die da irgendwie mal direkt mal rausgehen aus dem game nur weil sie den champion nicht kriegen den sie wollen die sind natürlich geblieben was 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 wird da gepinkt am drake weiß ich nicht ich geh mal loki loki machen mach du mal dem drake ist gut alles klar der ist wohl auf ja der jiii der kommt da gerade hin der jiii 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 eigentlich nicht ich weiss du soll mal jima helfen gehen nee warte oh guck dir das an sneaky sneaky ach die sind aber auch wieder aggressiv hier aggressiven ok ach guck mal der macht doch schon hä hast du es gesehen nee ich war hier in der wand drin ach so ja ja der durch die wand gehe haha not bad oh oh minions überall ok ich tanke gut ich kann die wirklich tanken ich hab so viel live leech ich könnte das auch locker machen ja aber ich machs nicht ja hast du mich als tank dabei richtig immer einen kleinen poke mitgeben da freuen sie sich meinste ja es will die flog wieder fragt sich nur wohin nur wieder richtung base fiora good morning es real noch gut und mal freundlich sein hi 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 moin moin bro du bist tot hättest du den noch bekommen nein ja ich hätte den noch bekommen ich wollte gerade mal ein strafe machen und auf einmal kam der Dickelo und dann war er tot ich so ey B lass mal ruhig liegen den Boy ja ich wollte den ja nicht klauen aber ich hatte Angst dass er wegkommt ne das war jetzt reines Kill Secure das war Kill Secure K.S. 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 Jetzt hat er es nicht mehr Ach, ach, guck mal, da war es wieder Was hole ich mir denn? Tüdelüdelüt Gehe ich darauf Jetzt habe ich erst mal Live-Leave Jetzt hole ich mir Schaden Ach, ich gehe mal hier ein bisschen auf Defensiv Und noch ein hier Pinkwort Ja Diesmal Hör auf Hör auf dein Herz Mein Herz sagt Rabadons Bulli, Damage Morellons, Rabadons Go Aber diesmal sogar mal ohne Frost Queens Mal testen Ja, ja Hatten wir doch eben gepinkt, dass hier Mist war Mist, Mist war das Sollten sie halt die Augen aufmachen Map Awareness Map Awareness Egal, dafür haben wir den Tor hier Hoff ich Ja, knall mal rein da Easy Die machen da auch wieder Chasing Actions da auf Doom Jo, hier noch ein bisschen Reingepusht Komm, wir gehen mal Mitte Wir gehen mal Könnte erst real helfen Report Echo Blitz Warum? Keine Ahnung Hat der Yasuo geschrieben Moin Free Money Warte Meins hinsetzen Kommt, jetzt pushen wir wieder durch Was will er denn? Hier Rein Dark Evil 9X Wo war das Problem? Ist auch nicht Hi Steht mir ja so Oh, 3-4 Die machen da fröhliches jagen im Walde links Ja, lasst du doch Ich pushe den Tor Je mehr Druck ich hier machen Bist du eher, kommen sie zu mir Ach, schade Wurde aufgefressen Ich dachte, die kommt weg Lass mal weg hier Aber wieso? Ja, weil da alle kommen Ich habe aber gerade Spaß Ja, aber die dann auch mit uns Und ich habe jetzt keinen Bock auf Spaß Okay, go Heißt, alti Ja, ich wollte nur wegkommen Es war rein, um hier wegzukommen Ich würde da nicht hingehen Ja, wo sind wir da nicht hier? Esreal, hast du noch Sock zu kommen? Du, ich weiß nicht, wo dein Problem ist Jetzt kommt sein scheiß Ding Hataki Hataki Ach scheiße, für den brauchen wir Stun Eine Minute Er ist dann da Alter Ja, dann hast du da Und ein Reist Jo, lass ihn mal machen Soll hier hochkommen Der soll hier hochkommen Der soll hier hochkommen Jetzt, Junge, heil dich doch mal Okay, lass uns das mal Ja, jetzt mal wieder auf eine andere lane gehen hier passiert irgendwie nischt. Ja, ne, ist doch gerade hier Aran. Okay. Guck hier, Klock, alle Minions weg. Kotz doch gleich. Klocken mir die Minions. Alle meine Minions. Unsere Leute sind ja hier auf der Lane. Unsere Gegner sind deswegen. Äh, Tor. Ich hab's doch mit den Tower als heute. Ja, und jetzt? Ruhig, da ist mal alle hier. Boah, der ein Glück. Mann. Ach, Ezreal. Jung. Also, wir können jetzt hier nicht komplett durchgehen. Offensichtlich schon. Aber es gehört sich nicht. Oh, der hat Schaden. Au, aua. Alter, hat der einen Schaden gemacht. Ich geh mal weg. Ja, ja, ich komm mit. Schon wieder 2k Gold auf Tasche. Wo ist Yasuo? Oh. Ah. Das macht Fjord da. Keine Ahnung. Rein. Ja, aber richtig. Die hat nur ne Einladung bekommen. Statt drauf rein. Öffnet die Karte, kriegt er erstmal so nen Schlag ins Gesicht. Usch. Rein. Zack. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Da ist er. Hallo. Da sind wir verbunden. Okay. Go, go, go. Ja, aber steht da. Stieke Schnieke vor uns. Aber ich hätte gedacht, der Tarm, der Tarm von denen wäre ein bisschen mehr Endgegner, aber irgendwie. Ja. Ja. Guck mal hier, unsere Lane. Was will er denn? Ich dachte schon, er will sich hier die Minions schnappen. Gonna catch them all, oder? Was ist das hier nicht? Pokémon? Geh. Ujo. Kann ich auch. Kann ich auch. Ja, hier so. Wollen wir mal Bot durch pushen hier, oder? Hey, Sir. Ui. Alter. Schade. Was macht er denn da? Nein. Tschaui. Tschau bitte. Ist aber schön reingelaufen. Ach, Fjord macht unten. Heiß. Komm, wir haben Lane weg. Kurz mal Wave Clear. Easy. Was ist denn? Sag doch mal ruhig, ich höre mir gerade Spaß. Ist doch alles easy peasy. Der kann mal vorsichtig sein, der Boy. Kriegt direkt von mir Schrotflinte ins Gesicht. Die dürfen aber auch überhaupt nicht mehr, ne? Wir haben gerade auf die Top-Blinder hier. Ja. 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 Komm, die könnte man auch mal zurück pushen. Die war ja gerade schon durchgepusht bis zur Base. Also, bis hierhin. Schleck mich doch ab. Ja, jetzt will ich auch nicht mehr. Einmal darf er, aber nicht zweimal. Schmeißt du da deinen Minion ohne jetzt? Oh, ja. SC-Boy hat Hilfe. SC-Boy. Ich komme. Ich habe geholfen. Hihi. Ja, natürlich hat er den bekommen. Ach hier, komm. Exhaust drauf. Töte den Fettzerk. Tot. Och man. Ich geh back. Oh. Ich glaube, du gehst nicht back. Geh auch schnell. Aber nice. Ich geh back.